Hi Ladies! Biene hat mich gebeten für Sie ein Outfit zusammenzustellen, was Ihre Figur auf wunderbare Weise unterstreicht. Und wie ihr seht, habe ich es geschafft hier ein Outfit zusammenzustellen, was wirklich genial ist. Doch bevor ich auf die Details hier eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video finde ich auch nochmal die ganzen Deals und die Bilder dazu. So, jedenfalls, Biene, ich habe dir hier ein Kleid herausgesucht, was in A-Linie daherkommt. Denn A-Linie ist das Geheimwort, wenn man seine Figur wirklich wunderbar betonen will und alles, was man hat, ja richtig schick hervorheben will. Und du hast gesagt, es sollte schwarz sein. Schwarz, ich weiß, macht nochmal schlank, ist schick, ist zeitlos, aber es ist so viel Schwarz auf dem Markt, und da, wenn ihr was Schwarzes nehmt, mein Hinweis, nehmt ein Kleid mit einem besonderen Schnitt, mit einem besonderen Stoff, damit ihr wirklich ein Kleid habt und dann auch ein Outfit, was euch hervorhebt und ihr der Mittelpunkt des Abends seid. Und Biene will damit natürlich auf einen Abschlussball gehen oder eine Party oder irgendwie sowas nach Richtung und da passt dieses Kleid perfekt dazu. Denn das Kleid ist von Selected Fame und der Schnitt und das Design ist einfach wirklich mal genial. Das Oberteil ist ein bisschen wie eine Corsage gebildet, aber nicht eine richtige Corsage, sondern wirklich nur so, dass dieses Postierkleid richtig schön zur Geltung kommt. Dadurch natürlich ein wunderschöner Rücken entsteht und das Postierteil vorne, ja, herrlich aussieht. Und die Arme und der ganze Oberkörperkal kann wirklich richtig schön beim Tanzen frei, ja, im freien Lauf gelassen werden und es sieht einfach elegant und schick aus. Und der Rockteil, der dann diese schöne A-Linie bildet, ist mit einer Kellerfalte versehen, dass das Ganze wirklich auch wunderbar fällt und bei der kleinsten Bewegung eure Bewegung quasi nochmal unterstreicht. Und dieses Kleid ist wirklich dann etwas Besonderes, gerade für Biene mit ihrer Figur. Man kann wirklich sagen, man wird sie damit lieben. Doch, sehr gesagt, ein Komplett-Outfit und das möchte ich ihr natürlich nicht vorenthalten. Und habe da ein paar wunderschöne Accessoires dazu rausgesucht. Und ich weiß, jetzt gerade draußen ist es noch ein bisschen kühl, das heißt, es muss eine Jacke daher. Aber nicht eine normale Jacke, sondern eine Boliaro, die nicht geschlossen wird, dass man sie auch relativ schnell ausziehen kann. Also sprich, mit so einer Boliaro zu so einem Kleid seid ihr einfach top gewappnet und sieht extrem schick aus. Und es ist einfach praktisch. Und das wirklich ist mal richtig, nochmal in die Höhe zu geben. Dieses Outfit habe ich hier ein paar wunderschöne Pimps von Catwalk herausgesucht, die einfach nun mal genial spitze sind. Ja, spitze, denn sie bestehen aus Spitze. Also man sieht sehr, sehr viel Fuß und sie sind sehr, sehr hoch. Insgesamt 10,6 Zentimeter. Sprich, wenn ihr diese Pimps anhabt, bekommt ihr erst mal einen wunderschönen Fuß und danach sofort ewig lange, wunderschöne Beine. Denn das Kleid ist relativ kurz gehalten und die Beine werden einfach wirklich genial aussehen. Und dann das Kleid. Es sieht einfach wirklich herrlich aus. Und um das nochmal abzurunden und ihr eure Utensilien natürlich auch mittragen könnt von Handy, Schminkset und Co., müsst ihr am besten eine Klatsch dazu tragen. Keine große Handtasche, weil hier ist wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen dezent zu halten. Aber das ist dann sehr schick. Und wie gesagt, da würde ich einen Klatsch empfehlen. Und hier habe ich dir eine Klatsche herausgesucht, die insgesamt sehr schön verziert ist mit einem wunderschönen Obenmaterial. Und kleine Akzente gesetzt worden sind mit goldenen, metallischen Elementen und auch der Kordel, dass das Ganze zu dem Schwarz nochmal sehr edel wirkt. Und das Outfit ist sozusagen wirklich zeitlos, denn es ist schwarz, es ist ein bisschen Gold drin. Und schick ohne Ende. Und damit kann ich dir versprechen, Biene oder euch auch, wenn ihr mit so einem Outfit zu einer Party geht, Abschlussparty, Abschlussparty ist egal, ihr werdet der Mittelpunkt sein. Und jeder wird euch fragen, Mensch, wo hast du das her? Und wenn ihr wie Biene so ein wunderschönes Outfit auf euch, genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht und wie ihr ausseht, denn dann kann ich auf euch so ein Outfit zerschneidern, was ich dann vielleicht morgens schon online stelle und euch damit hoffentlich glücklich mache. Damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und verpasst sozusagen kein Video, kein Outfit und die dazugehörigen Deals nicht. Ist das ein Deal?